Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungs-Doc und Elisabeth Jessen. Herzlich willkommen zur neuen Folge, liebe Podcast-Gemeinde. Ich begrüße wieder ganz herzlich Dr. Matthias Riedl, ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, Bestseller-Autor, Chefredakteur der Zeitschrift, isst sich gesund, etc., etc. Ihr kennt ihn alle. Ich habe hier eine Post von Christina aus München, die wahrscheinlich schon ein bisschen darauf wartet, dass wir ihre Frage beantworten und die hat uns eigentlich gleich auf eine tolle Idee gebracht, nämlich mal über Essen außerhalb sich zu reden. Sie hat beschrieben, wie sie ihre Familie in den USA besucht hat und es gab Peanut-Butter-Sandwich mit Kaffee zum Frühstück und Gemüse gab es einfach überhaupt gar nicht und immerhin hat die Verwandtschaft selbst gekocht. Zurück in Deutschland war sie bei ihrer Mutter und die kocht russisch. Auch da Mayonnaise, Salate, frittierte Teigtaschen, alles sehr lecker, aber alles andere als gesund. Und so geht sie eigentlich auch, wenn sie essen geht. Und deshalb wollen wir heute in dieser Folge über Essen außer Haus reden. Was kann ich eigentlich außer Haus guten Gewissens essen und was soll ich auf jeden Fall vermeiden? Soll ich mir von zu Hause was mitbringen? Bin ich im Homeoffice vielleicht sowieso besser aufgehoben? Und wir haben natürlich auch wieder ein paar Hörerfragen von euch, die wir beantworten und ein Rezept haben sie uns bestimmt wieder mitgebracht. Ja, unbedingt. Und das passt auch gut zum Thema. Sehr gut. Was muss ich denn beachten, wenn ich ins Restaurant gehe? Kann ich einfach in jedes x-beliebige gehen oder sehe ich schon von außen, was mich drin erwartet und ob es gesund wird oder nicht? Ja, sehr häufig, sehr häufig. Also vielleicht muss ich zu Beginn nochmal meine große Trauer über den Niedergang unseres Restaurantwesens nochmal loswerden. Die Deutschen sind ja gar nicht so unbedingt die Restaurantgänger. Und statistisch ist es so, dass nur die Hälfte der Bevölkerung einmal im Monat außerhäusig essen geht. Und bei 20 Prozent sind es auch nur zwei bis drei Mal. Das heißt, wir machen das eh nicht so. Wenn man das mit den Südländern vergleicht, haben die eine ganz andere Frequenz. Aber das fängt jetzt beim Vergleich mit den Südländern ja schon genau da an, wenn ich beim Franzosen beispielsweise mir die Karte angucke. Dann hat er ein Tagesmenü. Das ist frisch. Natürlich hat er auch noch eine ganz kleine Karte mit drei, vier, fünf, sechs Gerichten. Aber wenn ich jetzt hier in Deutschland zum Griechen oder zum Chinesen gehe, dann werde ich konfrontiert mit 120 Gerichten. Und das ist schon mal, also wer so viele Gerichte auf der Karte hat, der hat einfach absolut eine Convenience-Food-Warnung. Das heißt, solche Massen an Essen, die kriege ich ja nur hin, wenn ich das tatsächlich aus der Tüte hole, es aufreiße oder ich warm mache. Das ist vorgefertigt und das ist das große Problem. Also solche Speisekarten machen mich immer ganz skeptisch. Da muss ich aber sofort meinen Lieblingschinesen in Schutz nehmen. Hier das Han Yang in Hamburg. Die kochen wirklich wunderbar frisch. Da gibt es einfach unterschiedliche Zutaten. Aber es wird, man kann es ja zischen hören und man kann auch zugucken. Also es gibt auch, auch wenn es Nummer A1 bis weiß ich nicht was gibt, es gibt durchaus Namen. Genau, es ist ja erstmal nur der Convenience-Food-Vertrag. Und dann muss man natürlich gucken, und das ist total wichtig, einmal sich hinterher das Gericht anzugucken. Wirkt das noch frisch oder ist das vielleicht aus der Dose oder war das eingefroren? Ist das irgendwie auch alles einheitlich geschnitten? Das deutet immer sehr darauf hin, dass man es in großen Fabriken hat machen lassen. Und dann kann man natürlich auch fragen. Und dazu würde ich auch immer raten, wenn man fragen, ist das frisch gemacht? Ist das echt frisch gekocht? Und das merkt man an einer Reaktion. Manche schwindeln auch so ein bisschen. Der SWR hat immer so einen Test gemacht, der ist Spargelessen gegangen und die Sauce Hollandaise. Da haben sie elf Restaurants genommen und eigentlich haben alle gesagt, dass das selbstgemachte Soße ist. Es waren aber nur bei drei Restaurants eine wirklich selbstgemachte Soße. Wie weist man das denn nach? Im Labor, das kann man tatsächlich... Also das kann ich als Gast nicht unbedingt rausschmecken? Ganz schwierig, aber man hat schon so ein bisschen den Verdacht, wenn es halt so irgendwie so uniform schmeckt, so wie Sauce Hollandaise nun mal schmeckt und es so ganz gleichmäßig ist, alles die Soße, dann ist das halt einfach gekauft. Und das Problem ist eben dann, dass wir dann uns jede Menge von Zusatzstoffen, Farbstoffen, Aromen und Chemikalien ins Essen holen, die für uns nicht gut sind. Und die Studienlage ist da ganz klar, wenn man das täglich macht, dann erhöht es unser Herz-Kreislauf-Sterblichkeitsrisiko. Aber wir sehen auch, das ist ja dann Fast Food, muss man sagen. Das erfüllt ja alle Elemente des Fast Food, so eine Künstlichkeit. Und da kann man auch feststellen, das ist auch eine neue Studie, habe ich gerade letzte Woche gelesen, aus China. Dass es einen direkten Zusammenhang zwischen diesen hochverarbeiteten Gerichten gibt und Angst und Depression. Noch schlimmer wird es, das ist also auch ganz gut nachgewiesen, wenn ich regelmäßig hochfrittierte Pommes esse, habe ich auch ein erhöhtes Depressionsrisiko. Und ist das jetzt relevant oder nicht, verändert es aber unsere Stimmung? Ja. Und ist psychische Erkrankung beim Deutschen relevant? Ja. Sehr relevant. Jeder vierte Deutsche hat im Laufe seines Lebens irgendeine psychische Störung am Hals. Und ja, also richtig glücklich wird man mit so einem Essen dann nicht. Das ist das Problem. Und dafür möchte ich warnen, von der Auswirkung auf die Darmflora mal ganz abgesehen. Und ich finde auch von der Auswirkung, also wenn man dagegen ein wirklich frisch gekochtes Gericht ist, man merkt es eigentlich. Ich war einmal hier in Hamburg eingeladen zum Business Lunch in einem wirklich sehr guten Hotel-Restaurant. Und da gab es, die vier Teilnehmer hatten alle unterschiedliche Richtungen. Der eine hatte chinesisch, der andere hatte irgendwie was deutsches oder so. Aber witzigerweise, es waren vier verschiedene Richtungen, war das Gemüse bei allen gleich. Nur die Soße unterschied sich. Und die Soße war so sonderbar in der Konsistenz, dass man wirklich das Gefühl hatte, das Gemüse ist vorgeschnitten. Nicht dort, sondern in der Fabrik. Und es war bei allen vier Gerichten gleich. Es unterschied sich einfach nur durch die Soße. Und das, finde ich, geht. Und das hat leider auch schon Einzug in die wirklich gehobene Gastronomie gehalten. Und das ist das, wo in Deutschland richtig was verloren geht. Und wir haben es jetzt in der Hand, einfach zu sagen, Leute, ist das selber gekocht? Und wir meiden dann eben Restaurants, wo es nicht selber gekocht ist. Aber wenn ich angelogen werde, so wie bei der Hollande, was mache ich denn dann? Irgendwas muss ich ja den Leuten auch glauben, wenn sie mir erzählen, ist das frisch gekocht? Dann, da haben wir schlechte Karten. Tatsächlich, wenn wir angelogen werden, haben wir richtig schlechte Karten. Das müssen wir so hinnehmen. Aber man kriegt es mit der Zeit raus, wer da schwindelt und wer nicht. Und ich würde dann lieber nur in solche Restaurants gehen, wo ich das Gefühl habe, das ist wahrscheinlich, dass die das alles auch selber gemacht haben. Und man sieht es aber auch dem Blick des Kellners an mit der Zeit. Und vor allen Dingen, wenn wir nicht danach fragen, dann macht es keiner. Aber es ist eine Marktlücke. Also wenn wir das nicht wertschätzen, dass echte Köche echt kochen, wenn das egal ist, dann wird es verschwinden. Weil es einfacher ist und preiswerter für den Gastronomen. Ganz genau. Wer weniger Personal braucht. Richtig, und da braucht noch niemand einen Koch dafür. Da gibt es Handleiter. Kochen, Aufwärmer. Ja, genau. Eine Mikrowelle, Aufwärmer. Das reicht dann. Jetzt hat Christina ja auch gerne wissen wollen, weil sie und andere Hörer natürlich viel geschäftlich reisen oder eben auch nur ins Büro gehen und dann was essen müssen. Wie ernähre ich mich denn, wenn ich im Büro bin, gesund? Weil zu Hause schaffe ich es immer, mir mittags irgendwas Leckeres, Gesundes zu machen. Und wenn ich Ofengemüse in Ofen schiebe. Wenn ich aber hier jetzt rausgehe, wir sind in Hamburg, mitten in der Innenstadt mit unserer Redaktion. Es ist alles voller Restaurants. Aber erstens hat man oft die Zeit nicht. Zweitens ist es natürlich ganz viel Pizza, Pasta etc. Oder belegte Brötchen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt nicht unbedingt aushäuse ich mich versorgen will? Was kann ich mir denn gut mitnehmen vielleicht? Also das wäre ja eine Option. Ich zeige nachher zum Schluss auch nochmal ein wirklich superschnelles Gericht aus der Expressküche, der 2080-Expressküche, was sich super dafür eignet. Ideal ist so etwas beispielsweise, also ein Salat, den ich einfach vorbereite. Ich fülle mir die Vinaigrette selber gemacht. Natürlich nicht aus der, ich sag mal, aus der Supermarkttheke, wo die Kräuter da brav drin schwimmen, aber sich nie absetzen. Ja, sie sind immer schön verteilt. Genau, immer schön verteilt. Wenn Kräuter immer schön verteilt bleiben, auch unbeweglich auf dem Teller liegen, dann ist das der Beweis eigentlich. Also Vinaigrette selber machen, mitnehmen in einem kleinen Extragefäß, dann da drüber schütten und das ist wirklich auch zu Hause super schnell vorbereitet. Das ist kein Problem. Oder ein paar vorgefertigte, toll finde ich, also zum Beispiel alle Hülsenfrüchtgerichte, die meisten Hülsenfrüchtgerichte, ob das jetzt auch Suppen sind oder Chili Con oder ohne Karne, das lässt sich super toll zu Hause vorbereiten und das ist dann bei der Arbeit schnell aufgewärmt. Oder man nimmt sich das in so einen Wärmetopf mit. Ich war neulich hier in Hamburg, darf man Firmen nennen? Nein, darf man nicht. Also bei einer großen, bei der Union Invest beispielsweise, die haben ihre Mitarbeiter auch aufgefordert, tatsächlich sich auch gesund zu ernähren. Ich bin nächste Woche bei der Firma Novo Nordics. Da kriegt jeder Mitarbeiter so einen Vakuumtopf, wo sie ihr Essen reintun können, weil die sind im Außendienst und die sind da richtig schlimm dran. Das stimmt. Also unregelmäßige Zeiten und denen werde ich nächste Woche zeigen, was man da reintun kann in diesen Wärmetopf. Oder man macht es sich warm. Dazu würde ich raten. Und was man aber auch machen kann, ist, man kann in der Nähe sich ein Restaurant aussuchen, das möglichst gesund kocht. Man kann ja auch mit den Leuten reden. Die haben alle Restaurants und das muss man mal sagen, haben ja auch bestimmte Dinge, die sind wirklich frisch, wie zum Beispiel einen Salat. Das sehe ich ja auch. Und dann einfach in die Diskussion mit dem Kellner und sagen, was für eine Soße macht der da rein. Ja, macht der die Sylter Soße. Das ist ja alles aus der Tube. Benutzen auch teure Restaurants übrigens, die Sylter Soße. Hat ja auch so einen schönen Namen. Klingt ja toll. Richtig, klingt toll. Klingt halt immer den Beruf des elitären Gutes. Dann sagt man, ich möchte einfach eine Vinaigrette. Ich möchte Essigöl. So, fertig. Kriegt man in der Regel auch, wenn man das möchte. So ist es. Also wir müssen alle dazu lernen und wir müssen auch sagen, okay, ich möchte dieses Gericht, aber bitte so und nicht so. Ich möchte beispielsweise ein bisschen mehr Gemüse. Und lassen Sie bitte die Kroketten, ich klammer auf, die Fertigkroketten, weil die kommen nicht selten aus der Fabrik. Das sind vielfach die Dinge, die sehr häufig aus der Fabrik kommen. Das sind eben so Kroketten. Das sind die Pommes, die sind in der Fabrik schon mal vorfrittiert bei irre hohen Temperaturen, wo sie tatsächlich auch richtig ungesund werden. Und das kann man austauschen und mit den Restaurants im Gespräch bleiben. Und die lernen auch daraus. Wir brauchen uns hinterher nicht zu beschweren, wenn die gesamte Restaurantszene eingegangen ist, beziehungsweise nur noch Tüten aufreißt. Dann sind wir auch ein bisschen selber schuld. Weil wir es uns gefallen haben lassen. Ja, ja. Was halten Sie denn so von belegten Brötchen? Wenn ich heute in der Bäckerei gehe, dann ist ja der Bäckereianteil, also reines Brot und Brötchen und vielleicht noch ein paar Stücke Kuchen, das ist ja eigentlich der kleinere Teil. Der größere Teil ist Kaffee, belegte Brötchen, fertige Salate etc. Was halten Sie denn von dem Angebot? Weil das gibt es natürlich rauf und runter. Ja, also dieses To-Go-Essen zum Frühstück besteht in Deutschland. Ja, nicht nur zum Frühstück, auch den ganzen Tag eigentlich. Genau, auch den ganzen Tag. Ja, das besteht dann aus Backwaren, die kann ich dann so essen, unterwegs, also auch noch beim Gehen. Ich erinnere mich einmal, da war ein spanischer Abendblattfotograf bei mir zu Hause und hat Fotos gemacht. Marcelo. Genau, Marcelo. Chilene, genau, aber das ist ja der gleiche Kulturkreis. Genau. Und er sagte dann, das, was ihn am meisten irritiert hat, als er nach Deutschland kam, war der Begriff Schnellimbiss. Das war für ihn, das sind zwei Dinge, die nicht zusammengehören. Das ist wie Krieg und Frieden. Ja. Und dieses Urverständnis, was ich bei diesen spanisch sprechenden oder diesen frankophilen Leuten auch sehe, ist, dass sie eine Esskultur haben und dass sie sich schütteln, wenn sie das Wort Schnellimbiss hören. Und dann ist natürlich die Steigerung von Schnellimbiss, wirklich ist das Franzbrötchen to go mit einem Kaffee hinterher geschüttet. Aber diese Brötchen, diese Brötchen, ich kaufe sie nicht, ich habe sie noch nie gern gegessen, sind in den allermeisten Fällen wirklich schlechte Backwaren. Wenn ich am Hamburger Hauptbahnhof mal, weil ich völlig verhungert war, abends ein Fischbrötchen gegessen habe, dann habe ich das so weit gegessen, wie man es braucht, um den Fisch zu essen und der Rest des Brötchen landet im Müll. Sag mal, das ist richtig schlimmes Brot. So. Und was tun die rein? Natürlich tun die keine hochwertige Wurst da rein. Das ist alles mit Phosphaten belastete Wurst. Die Salate sind, und das sieht man ja auch leider im Supermarkt, muss man immer mal ins Kleingedruckte gucken. Da sind Süßstoffe drin, da sind Aromen drin. Da ist, also Zucker ist da nicht drin meistens, da sind also Süßstoffe drin. Und Süßstoffe habe ich ja schon genug kritisiert. Deshalb würde ich sagen, nein, lasst euch lieber, wenn das geht, auch das übrigens ist in Spanien üblich, dann kommen die Spanier in die Bäckerei und sagen, ich möchte das Brot mit dem und dem Belag. Und dann schneiden die das auf, egal wie lange die Schlange ist. Das kriege ich in Österreich genauso, und zwar in jedem Supermarkt, beim Metzger sowieso natürlich. Da kann ich mir genau das Brötchen aussuchen oder die Semmel oder das Weckerl und dann kann ich mir genau den Belag aussuchen. Und es kostet viel weniger, als wenn ich in Deutschland hier in eine Bäckerei gehe und das Beleg kaufe. Das ist verrückt. Aber das setzt sich hier einfach nicht durch. Das setzt sich nicht durch. Das Belegen, das mögen die hier. Genau, hier wird nicht verhandelt. Hier wird aber auch die Wurst aufgeschnitten beim Metzger vorher. Also die liegt ja schon in so Stapeln da. Ja, genau. Das wäre in Österreich ziemlich undenkbar. Ja, genau. Die Österreicher sind ja schon ganz nah beim mediterranen Süden. Also ich finde, so wie ich es empfinde, eine bessere Esskultur als wir Deutschen. Wir sind da sehr praktisch unterwegs. Im Übrigen finde ich, dass es durchaus auch Bäckereien gibt, die gute belegte Brote machen. Das sind oft Bio-Bäckereien, die dann auch entsprechend Brotstullen machen und nicht Brötchen. Also so ganz so negativ wie Sie sehe ich es nicht. Aber an sich ist die Kombi das Essen natürlich nicht ganz so empfehlenswert. Ich habe die, ich habe so ganz, ich habe, also ich wohne jetzt nicht in Winterhude und ich wohne auch nicht in Eppendorf. Da wird man sowas ganz sicher finden. Auch in Blankenese sowieso. Da gibt es ja noch Premium-Bäcker. Aber ich habe jetzt so mal, ich komme aus dem Kreis Pinneberg und also auf dem flachen Land. Und wenn wir jetzt mal bis nach Schleswig und Flensburg hochgehen, ist schwierig. Kann sein, dass in kleineren Dörfern da wirklich der alte Bäcker noch, der richtig, die Leute, die ihn kennen und so. Das ist auch wieder was anderes. Aber die Systembäcker, da ist das. Wir haben natürlich in Hamburg und das wird in vielen anderen Städten wie München, Berlin etc., Münster, da gibt es auch inzwischen wieder richtig gute Handwerksbäcker oder immer noch, aber es kommen eben auch neue dazu und die machen dann schon ordentliches Zeug. Ja, die machen ordentliches Zeug. Also wir müssen mitmachen und deshalb mache ich das ja auch. Wir müssen wissen, was da in der Auslage liegt, was da auf dem Menüplan zu finden ist und müssen es aussuchen und müssen mit dem Kellner darüber reden. Und vor allen Dingen, das muss ich noch sagen, weil Sie fragten ja vorhin, was soll man nicht essen? Tatsächlich das Frittierte. Frittiertes, also wenn ich etwas bei 300 Grad in dubiosem Fett, ja, dass es bei diesem wirtschaftlichen Druck, den die armen Restaurants auszuhalten haben, dass da natürlich bei den Fetten und bei der Fettaustauschrate gespart wird, das verstehe ich fast schon, ja, das ist ja teils die blanke Not. Also die Köche, die ich kenne, der war, der ist für einen Mitarbeitermangel, alles ist überall knappstes, das Finanzamt nervt, ja. Ja, also sobald ich etwas hoch erhitze, sterben sekundäre Pflanzenstoffe, wird Omega-3-Fett komplett ruiniert. Also wenn ich jetzt Fisch esse, hat das einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit. Habe ich den Fisch in der Bulette einmal hochfrittiert, ist dieser Effekt weg. Dann ist es nur noch Eiweiß mit schlechtem Fett. Das bringt mich aber zur nächsten Frage, nämlich, was ist so mit Döner, der ja oft mit Pommes einhergeht, was ist mit Burgern, der meistens mit Pommes angeboten wird, was ist mit Asier im Bissen und den Bowls, die Poké Bowls, die es ja auch ganz oft jetzt gibt. Was halten Sie jeweils davon? Also erstmal Döner. Ja. Ist da Salat dabei? Da ist Salat dabei, ja. Man kann tatsächlich den Döner, da ist dann fermentierte Milch, also Joghurt, sowas in der Art dabei und dann haben wir Salat dabei, das ist alles erstmal gut, eine gewisse Menge Fleisch, okay, können wir drüber reden, es gibt das auch schon vegan und es kommt dann einmal auf die Qualität an, wie kauft der ein und man kann es sich aber dann von der Salatmenge her selber aussuchen, also da lässt sich schon was mit machen, richtig, kommt auf den Einzelfall an, wie ist die Fleischqualität und so weiter. Ist aber eher so. Ja, ist so fraglich, aber sag ich mal, es gibt Schlimmeres, dann haben wir die Burger-Szene, Schnellrestaurants auch damit gemeint. Ja, sowohl als auch, es gibt ja auch Burger-Restaurants, es bleibt trotzdem immer ein Burger im Brot mit ein bisschen Salat vielleicht. Ja, also vielleicht kleine Burger-Kunde, also wenn wir einen Burger-Patty haben, den der herstellt aus Gemüse, zerkleinert und dann zusammenpresst, ohne da Chemie oder Kleister reinzutun, dann ist das okay. Dann ist es ein Premium-Veganer-Burger. Ist das aber einer von der Lebensmittelindustrie, dann ist das schlecht, ja, weil da habe ich ja nur das Eiweiß und Kleister und Salz und alles Mögliche. Davon würde ich die Finger lassen und auch fragen, was ist das für ein Patty? Habt ihr den selber gemacht? Ja, super. Aber ist der einfach von einer großen Lebensmittelindustrie vorgefertigt worden, dann ist es sehr fraglich und deshalb kann tatsächlich es sogar so sein, dass sich einen veganen Burger-Patty, der aus der Industrie kommt mit all diesen Chemikalien, dass der für uns am Ende von der Ernährung schlechter ist als ein reiner Rindfleisch-Patty. Aber dann haben wir das Brot. Also das Brot ist wirklich ein großes Problem. Es gibt ja auch immer mehr Restaurants, die machen da mal so ein Portobello-Pilzkugel da drauf. Sowas ist der richtige Weg. Und wir müssen halt mit Gewürzen und mit raffinierten Soßen so einen Burger interessant machen. Dann schmeckt er auch. Und halt, man muss einfach sagen, der Burger von der klassischen Burger-Kette-System-Gastronomie ist einfach nur schlecht für uns. Den sollte man tatsächlich nicht essen. Und was ich neulich gehört habe, dass ein Prozent der Weltbevölkerung täglich bei solchen, also nicht bei solchen, bei der großen Firma mit dem M isst, die ganze, also ein Prozent der Weltbevölkerung Tendenz steigen. Und man muss ja sagen, es gibt viele, die essen da nie. Ja, das stimmt. Das heißt, das kann man sich ausrechnen, wie viele die anderen da essen. Genau. Und diese Ernährung, und das hat ja neulich das UKE auch nachgewiesen, diese Ernährung, wenn ich die fünf Tage, also wenn ich jetzt fünf Tage in so einem Schnellrestaurant esse, dann ist nachweisbar, dass das Immunsystem schlechter funktioniert und ich infektanfälliger werde. Also wir haben ja immer mehr Daten von der Stimmung und Ängstlichkeit, Depression mal ganz abgesehen. Und was ich jetzt gerade gestern in den Nachrichten gehört habe, dass die Lehrer sagen, unsere Kinder werden immer ängstlicher. Natürlich hat das auch was mit Helikoptereltern, mit Corona, Isolierung und so weiter zu tun. Aber wir wissen aus dem Tierversuch, dass wenn ich Kinder so fütter, also Mausbabys, wenn ich sie so fütter, wie hier teilweise Kinder in bestimmten Schichten gefüttert werden, genau, dann duken die sich weg und sind überhaupt nicht mehr neugierig. Und wir wissen auch, dass das Aggression fördert. Also das Essen ist für uns so wichtig, deshalb bin ich jetzt auch ganz erschrocken über die Diskussion mit Mehrwertsteuer erhöhen. Wir müssen eher den Restaurants sagen, wenn ihr tolle, gesunde Gerichte selber kocht, dann erlassen wir euch, dann müsst ihr keine Mehrwertsteuer bezahlen. Und bei diesen Schnellimbissen, die schlechtes Essen produzieren, da können wir die Mehrwertsteuer verdoppeln. Ich muss sie nochmal zurückholen, jetzt sind wir bei den Asia-Imbissen. Genau, genau, Asia-Imbissen, genau. Asiatisches, richtig traditionelles asiatisches Essen gehört ja gleich auf wie mediterranes Essen zu dem wirklich empfehlenswerten Küchen. Und wenn jetzt das Restaurant halt Gemüse dort in einer höheren Menge frisch auch zubereitet, Reis dazu tut und die Soßen selber macht und das als Bowl serviert, ist das alles super. Das kann man tatsächlich dann auch essen. Üblicherweise kann man ja zugucken, wenn die dann, die haben ja dann diese Riesen-Woks und da wird damit so, Riesen-Kellen wird ja immer hier und da und das ist ja ganz toll zuzugucken. Manchmal riecht man ein bisschen hinterher nach dem Asia-Imbiss. Die Kleidung. Ja, die Kleidung. Aber Sie würden sagen, da kann man relativ beherzt zugreifen. Weil man kann üblicherweise ja zugucken. Richtig, genau. Und sieht ja, was Sie reintun. Richtig, je mehr ich zugucken kann und gerade Wok ist ja auch letztlich schnell zubereitet und Wok-Gemüse und eignet sich natürlich toll für die schnelle Küche. Wenn man keine Zeit hat. Das ist ein Trend, der richtig durchgeführt, tatsächlich in die richtige Richtung geht. Also liebe Christina und liebe sonstige Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ihr habt so eine kleine Einordnung jetzt mitgekriegt und kommt ganz gut in den Herbst. wird ja jetzt die Zeit von Hülsenfrüchten, die man mitnehmen kann, von Suppen, von Eintöpfen und inzwischen gibt es ja wirklich sehr viel Geschirr, was dafür extra konzipiert ist und was man inzwischen kaufen kann. Das ist noch ganz anders als vor fünf oder zehn Jahren. Also wer sich was Gutes tun will, für den bleibt keine Alternative. Also oder man zieht sich in der Nähe ein Restaurant heran, das dann wirklich auch gesund kocht und entwickelt sozusagen mit, indem man sagt, ich verlange immer wieder gern dieses Gericht in der und der Variante. Also ich lasse die frittierten Kroketten weg, ich nehme stattdessen lieber eine Kartoffel. Also variiert selber mit den Köchen, mit den Küchen, mit den Kellnern. Wir haben auch heute wieder einen Ernährungsmythos, den wir aufklären wollen. An apple a day keeps the doctor away. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, kann man tatsächlich so sagen, ja. Da gibt es verschiedene Gründe für. Also Lebensmittel sind ja nicht nur immer in einer Sache wirksam, das ist ja das Tolle. Apfel, das sind sozusagen Medikamente mit verschiedenen Wirkungen. In der Medizin spricht man so von einer Polypill. Also eine Pille, die eben nicht nur gegen eine Krankheit wirkt, sondern gegen viele. Und so muss man sagen, ja, der Apfel wirkt gegen viele Krankheiten vorbeugend. Das ist also eine Vorbeugungspille sozusagen. Und wir wissen, dass wenn man, aber das muss ich noch dazu sagen, wichtig ist natürlich, dass wenn man eine Pille wirkt, solange man sie nimmt. Und das ist beim Apfel genauso. Wenn ich den nur ab und zu, oder ich habe ihn ein paar Jahre gegessen und dann lasse ich das jetzt sein. Ja, dann verpufft sich mit der Zeit die Wirkung. Das heißt, ich muss es schon regelmäßig essen. Ja, der Apfel hat positive Effekte gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gegen Allergieneigung. Aber auch, das weiß man, gegen zum Beispiel Polypenbildung im Darm. Und wir wissen, aus Darmpolypen entwickelt sich später auch dann der Darmkrebs. So kann man sagen, ja, Äpfel wirken gegen Darmkrebs. Das ist wichtig zu wissen. Und das liegt nicht nur an den Ballaststoffen da drin beispielsweise, sondern eben auch am Quercetin. Das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der unter anderem auch im Apfel enthalten ist. Ich kann sagen, also Leute, esst täglich einen Apfel. Mache ich übrigens auch, ein bis zwei, bin ja sowieso Apfel-Fan. Ich komme ja eigentlich so aus der Marsch und bei uns zu Hause steht auch ein Apfelbaum und ich kann es gar nicht erwarten. Ich esse die schon immer unreif und bin dann ganz traurig, wenn die Erntezeit vorbei ist. Aber kann ich nur empfehlen. Aber dann bitte, wenn, dann eher möglichst ältere Sorten, nicht diese hochgezüchteten und nicht die Apfelsorten, weil sie diese ganz hellgrünen, die schmecken auch sonderbar inhaltsleer und alle gleich. Am besten und am gesündesten sind tatsächlich auch alte Apfelsorten. Mal gucken, ob man da vielleicht mal einen sich auf die Terrasse stellt oder in den Garten. Das würde ich empfehlen. Und frisch vom Baum, es ist einfach ein Traum. Alles frisch vom Baum ist so super, kann ich nur empfehlen. Ein Apfelbaum braucht auch nicht ganz so viel Platz wie ein Walnussbaum, den Sie uns ja auch empfohlen haben. Genau, genau. Das dauert und der braucht ja auch 15 Jahre, bis er trägt. Bis man irgendwann dann auch was ernsten kann. Ja, herzlichen Dank. Wir haben auch wieder natürlich Post bekommen, die wir jetzt jedenfalls in Teilen beantworten wollen. Barbara hat uns vor längerem schon geschrieben und hat gleich mehrere Fragen mitgebracht. Barbara schreibt, bei meinem Rapsöl steht auf dem Etikett, dass man es nur für Salate und für schonendes Korn. Kochen und Dünsten verwenden soll. Nun habe ich ein sogenanntes Gastroöl, hitzebeständiges HO-Rapsöl gefunden, das man laut Hersteller auch zum Braten verwenden darf. Ist dieses Öl denn auch gesund wie das normale Rapsöl, möchte Sie wissen? Ja, das ist auch gesund wie das Rapsöl und wichtig ist eben, dass wenn man es mal höher erhitzt, dass es einfach nicht degeneriert. Und deshalb würde ich da auch strikt drauf achten, nicht zu hoch zu erhitzen und wenn auch auf den Angaben des Herstellers zu achten, was den Rauchpunkt angeht. Denn sobald es anfängt zu rauchen, geht es kaputt. Was ist denn jetzt HO-Rapsöl? Ja, das ist eine neu entwickelte Rapssorte, speziell für vermehrte Hitzebeständigkeit. Und also tatsächlich besser, so eine Rapssorte zu nehmen, als eine Rapssorte hoch zu erhitzen, dann leidet das Öl einfach. Eine zweite Frage von Barbara, sie sagt, sie isst täglich zu ihren Haferflocken verschiedene Nüsse und Samen. Verändern sich eigentlich die Inhaltsstoffe, wenn diese geröstet werden, beziehungsweise sind geröstete Nüsse und Samen weniger gesund? Leider ja. Also alles erhitzen kann den gesunden Fetten zu Leibe rücken. Deshalb, wenn gerösten, dann mild rösten. Aber letztlich im Naturzustand sind sie halt immer noch etwas gesünder. Eine dritte Frage, das ist jetzt eher eine Spezialfrage, vielleicht können Sie die trotzdem beantworten. Barbara möchte gerne wissen, ob man mit Ernährung auch eine Nebennierenschwäche beeinflussen oder behandeln kann. Sie sagt, sie kommt morgens ganz schlecht aus im Bett, auch bei ausreichend Schlaf und ist bis nachmittags nicht wirklich leistungsfähig. Erst am späten Nachmittag kommt sie auf Touren. Sie hat einen Speicheltest gemacht, der das belegt hat. Ja, also die Nebennierenrinde, die Nebenniere produziert halt Hormone, die uns also auch fit halten und uns leistungsbereit machen. Kortison ist einmal mit dabei, aber auch Adrenalin. Und das kommt eben aus dem Nebennierenbereich. Und bei einer Schwäche, es gibt verschiedene Ursachen, sollte man versuchen, die Erholung der Nebenniere zu unterstützen. Und das kann man mit bestimmten Vitaminen und Nährstoffen auch machen. Das ist schon wichtig. Also die gesunde Ernährung, die breit gefächerte gesunde Ernährung kann dabei helfen. Es ist wichtig, Vitamin C, aber auch Magnesium und bestimmte Aminosäuren können dabei helfen. Aber es ist auch wichtig, natürlich diese mangelnde Leistungsbereitschaft, die sich in so einer allgemeinen Schwäche manifestiert, auch damit zu fördern, dass man achtet, seinen Schlaf zu regulieren, die Erholungszeit, meditiert und Stress von sich fernhält. Weil eine Nebennierenschwäche, die macht uns anfälliger für Stress. Wir können dann auf diesen Stress nicht so reagieren, weil diese schlappe Hormondrüse, die uns sozusagen leistungsfähiger machen soll im Stressfalle, die schafft das nicht. Und damit ist so eine Stressbelastung noch viel nerviger und auch belastender für den Körper. Aber das müsste man tatsächlich im Rahmen einer speziellen Ernährungsberatung einmal aufdröseln. Und ich würde in dem Zusammenhang auch sagen, Leute, guckt mal, ist eure Ernährung einseitig, wie ich sie bei ganz vielen Menschen sehe. Ich bin heute wieder, habe ich mehrere Patienten gesehen, die meinten sich auch gesund zu ernähren. Und dann gucke ich mir das Tagebuch an und ich sehe, es ist wirklich nicht ausgewogen. Und da gerade auch immer mal wieder, checkt eure Ernährung, vielleicht macht mal Tagebuch oder mit der MyFoodDoctor-App mal gucken. Ihr analysiert euch ja die Ernährung und da könnt ihr sehen, ob das ausreichend weit gefächert ist. Und nur diese weit gefächerte, ausreichende Ernährung, die garantiert am Ende auch, dass wir alles das bekommen, was wir brauchen. Für die Regeneration, aber auch den Dauerbetrieb in allen Bereichen. Für die Organfunktion, für das Immunsystem und die körperliche Leistung. Michael hat uns geschrieben, er hört in unserem Podcast immer wieder, wie wichtig Nüsse sind. Bis jetzt haben wir aber leider nicht angesprochen, sagt er, dass es viele Menschen gibt, die eine starke bis sogar lebensbedrohliche Nussallergie und Allergie gegen Hülsenfrüchte haben. Was würden Sie ihm und anderen betroffenen Menschen als Ersatz empfehlen, damit er sich ausreichend mit Vitaminen und Nährstoffen versorgen kann? Also tatsächlich ist es so, eine Nussallergie kann tödlich sein, das ist richtig. Dann muss man diese Nuss komplett meiden. Man kann das ganze Spektrum der Nüsse einmal ausprobieren und seine Nuss finden, die verträglich ist. Aber wenn es nachher alle Nüsse betrifft, dann geht es nicht. Als Ersatz für Nüsse empfehle ich auch immer gern Kürbiskerne beispielsweise, weil sie haben ein ähnliches Spektrum an Vitalstoffen wie Nüsse und sind sogar auch noch etwas preiswerter. Bei den Hülsenfrüchten ist es so die Frage, weil dann haben wir eher eine Soja-Allergie oder wir haben spezifische Hülsenfrucht-Allergien. Und dann muss man gucken, vertrage ich die Erbse noch, geht es mit den Bohnen oder ist es nur die Sojabohne? Mal gucken. Also das würde ich dann auch austesten lassen. Es wäre einfach schade, auf diese wirklich sehr, sehr gesunden Lebensmittel zu verzichten, weil tatsächlich Nüsse wie auch Hülsenfrüchte stehen ganz oben auf der Skala mit der gesündesten Lebensmitte. Gut, wenn man aber schon irgendwie umfällt, weil jemand im Raum zum Beispiel Erdnussflips gegessen hat oder Erdnüsse, dann ist es besser, man entfernt sich. Aber sowas von, das ist so hochgradig gefährlich, dann muss man sich davon fernhalten. Haben Sie uns denn auch wieder ein schönes Rezept mitgebracht? Ja, genau. Wir haben ja heute auch das Thema außerhäusig essen. Und eine Alternative, habe ich ja gesagt, ist eben in die Diskussion gehen mit dem Restaurant und die ändern das auch. Man kann ja auch mal Gerichte mitbringen oder auch mal sagen, ich möchte das ein bisschen varianter haben. Aber, und das ist eben wichtig, die Alternative, wenn ich kein gutes Angebot habe, einfach was mitbringen, dann habe ich hier heute mitgebracht die 2080 Express Küche. Da geht es eben darum, für die, die wenig Zeit haben, es geht ja nicht nur immer um die Faulen, die nicht kochen wollen, sondern einfach die, die Menschen, die wenig Zeit haben. Und das ist ja häufig so. Und ich habe hier einen ganz tollen Tomatensalat mit weißem Bohnen rausgesucht. Also, wer es auf YouTube sieht, hier sieht man das Bild dazu. Ich liebe weiße Bohnen und Tomaten. Und da sind also drin weiße Bohnen, Tomaten, rote Zwiebeln, Basilikum, Olivenöl und Essig, Balsamico-Essig, so. Und Kürbiskerne übrigens, ja, als Nuss-Alternative. Die kann man auch eben geröstet da reinnehmen. Ich finde, die haben so, die sind manchmal, finde ich, in so einem Gericht noch viel besser als Nüsse, weil sie eine ganz besondere Geschmacksnote da reinbringen. Also, hier wäre es so, das ist ein super Salat, der ist in Minuten zurechtgeschnitten. Die Vinaigrette nehme ich mir extra mit in einem kleinen Döschen und streue das drüber. Ich könnte allerdings auch noch einige warme Gerichte mitbringen oder empfehlen aus diesem Buch, die man warm mitnehmen kann oder sich wieder aufwärmen kann. Aber das ist hier, so ein Salat ist toll, da haben wir Eiweiß drin, hier 12 Gramm Eiweiß. Und den Eiweißgehalt kann ich natürlich auch noch steigern, indem ich mehr Bohnen reintue und mehr Kürbiskerne. Ich finde immer, von den Kürbiskernen können gar nicht genug drin sein. Ruhig, richtig mit Asen und dann haben wir auch den Eiweißgehalt in der Hand. Und Ballaststoffe ohne Menge. Wir haben eben Eiweißträger, Kürbiskerne, Bohnen mit dabei. Also, das kann ich nur empfehlen. Oder auch ein paar warme oder Aufwärmgerichte aus diesem Buch. Die sind schnell vorbereitet und zack, in der Mikrowelle warm. Und dann muss man sich nicht in ein mittelmäßiges Restaurant quälen. Also, ihr Lieben, entweder ihr stellt euch in die eigene Küche und bereitet euch was vor. Oder ihr sucht euch ein Restaurant eures Vertrauens in der Nähe eures Büros oder auch eures Zuhauses. Und dann redet einfach mal mit dem Wirt und mit dem Kellner und bemängelt, wenn euch was nicht gefällt. Also, man kann mit denen ja reden und die wollen ja den Gast glücklich machen, üblicherweise. Probiert es einfach mal. Und vielleicht können wir die Gastro-Szene in Deutschland noch retten. Dann, also im Süden, auch gerade in Frankreich. Ich fahre gerne einmal im Jahr nach Frankreich. Und da steht dann immer Hausgemacht, Artisanal oder was auch immer. Und das präsentieren die mit Stolz. Wir müssen wieder hin zu diesem Hausgemacht. Und zwar ehrlich Hausgemacht. Hausgemacht ist tatsächlich besser und ist gesünder für uns. Wir müssen das auch honorieren und vielleicht auch ein, zwei Mark mehr dafür ausgeben. Und vielleicht können wir für Restaurants, die dann hausgemacht präsentiertes Essen liefern, auch tatsächlich eine Mehrwertsteuerbefreiung bekommen, weil wir tun der Volksgesundheit damit, was gut ist. Von mir kriegen die ein paar Euro mehr, von Ihnen nur ein paar Mark. Aber was macht der nicht? Ja, okay. Mann bin ich alt. Ja, für mich gibt es noch Mark. Ja, für mich gibt es sogar noch Schilling und es gab noch Lire früher in Italien. Wie auch immer. Wenn ihr eine Folge verpasst habt, könnt ihr nachhören, nachgucken, nachlesen. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Vielen Dank und bleibt beim gesunden Essen. Tschüss. Die nächste Folge vom Ernährungs-Doc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal.